so da sehen wir uns zum dritten mal mit diesem wunderschönen set von pyroland die neuen bomben raketen dieses mal popolum ja verpackung sehr schön wir haben daraus gelernt nicht 18 gramm pro rakete sondern 19 hier auch einmal von hinten sehr schön effekte wieder sind so rum spiegelt die gopro will das nicht so richtig aber freunde dafür seid ihr hier auf diesem kanal und die effekte zu sehen deswegen viel spaß die popolum von pyroland ich bin mal gespannt was die 19 grammer hier so truff habe kappe ab muss man auch sagen schade eigentlich keine papierkappen ja was wollen sie sagen ich krieg die scheiß kappe nicht ab hier nico ja die kappe nicht ab na wir sinds bei jetzt tschüss tschüss lemon ring red plum irgendwas mit roten palmen ne schwarz oh alter holy schon ein bisschen danger geiles teil weil ich muss ein schräg ausrichten aber was die fette talega holi richtig gut ja man richtig gut jetzt der leger ist richtig gut so machen wir weiter mit red ring white strobe so white strobe ist eigentlich immer ganz cool aber standzeit purple ring und green strobe und ein bisschen effekt die erste war bis jetzt am krassesten das klingt auch interessant das heißt Wo musst du den da fragen? Ja, also Pyroland-Raketen gibt es natürlich bei Pyroland erstmal zu kaufen, aber natürlich auch bei mir im Shop. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr die bei mir kauft. Mit Darlene 3, ich wollte da so genau ein bisschen. 3 Prozent. Kann man mitnehmen, sind sehr empfehlenswert. Danke fürs Ansehen. Propolum. Super. Wir machen jetzt mal weiter mit dem nächsten Set. Genau, los jetzt.